Die besten Maschinen am besten bauen. Nach diesem Motto sind wir bei Blasser und Teurer dabei, unseren gesamten Produktionsprozess vollkommen neu zu gestalten. Das Paradebeispiel für die Konsequenz, mit der wir daran arbeiten, ist der Kabinenbau. Noch im April 2018 wurden unsere Kabinen in drei verschiedenen Werken in Linz hergestellt. Seit Januar 2019 ist der Kabinenbau in dieser Halle konzentriert. Das neue Montagekonzept verbindet die Vorteile des Fließbandes mit denen der Standplatzmontage. Die Kabinen durchlaufen dabei neun Stationen und zwar in einem genau definierten Takt. Das heißt, dass für jede Station dieselbe Arbeitszeit zur Verfügung steht. Der Vorteil daran, die Herstellung jeder Kabine benötigt die exakt gleiche Arbeitszeit. Ausgenommen von diesem Montagekonzept sind nur Kabinen in Sondergrößen. Diese werden auf eigenen Standplätzen angefertigt. In den Stationen befindet sich nur, was für den Einbau an einem Arbeitstag benötigt wird. Für die Vorbereitung des Materials und die Anlieferung nach dem Just-in-Time-Prinzip ist ein eigener Mitarbeiter zuständig. Die Monteure ersparen sich dadurch weite Wege und können sich voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren. Mittlerweile arbeiten wir hier ein Jahr in diesem neuen Produktionssystem. Die Vorzüge sind erstaunlich. Sowohl die Montagequalität als auch die Produktionseffizienz sind deutlich gestiegen. Ganz abgesehen davon, dass sich die Mitarbeiter in der neuen Arbeitssituation ausgesprochen wohlfühlen. Das neue Produktionssystem eignet sich übrigens auch ideal zur Umsetzung der Plattformstrategie Plasser Modular Customizing, mit der wir individuelle Maschinen auf Basis standardisierter Konfigurationsmöglichkeiten herstellen. Der Kabinenbau ist die erste Produktionseinheit bei Plasser und Teurer, die von A bis Z nach neuen Standards konzipiert wurde. Der Erfolg ist unübersehbar. Aber, wie gesagt, die Neugestaltung des Kabinenbaus ist nur einer von vielen Schritten hin zu einer Produktion, in der wir die besten Maschinen am besten bauen.